Hallo, ich bin Sarah. Die Naturapotheke und das Restaurant ist offen. Und ich zeige euch, was euch erwartet. Das ist der Spitzwegrich. Wir erkennten daran, dass er spitzig ist. Und auf Italienisch heisst er «A cinque nervi». Es heisst «fünf Nerven». Also «eins», «zwei», «drei», «fier», «fünf». Das sind Plattnerven. Es ist eine Erste-Hilfe-Heil-Pflanze bei Schürfwunden, bei Verletzungen, bei Insektenstichen, bei Verbrennungen. Dieser Saft hat 0,01-prozentige, nicht Penicillin, aber es ist ein Wirkstoff, der heisst Alkobin. Der hat ganz starke antibiotische Wirkung. Und es ist einfach so das Desinfektionsmittel aus der Natur. Das andere Gute ist beim Spitzwegrich, dass es sehr, sehr hilfreich ist bei Husten. Wirkstoff drin, das heisst Kiselsäure, die stärken wie das Lungengewebe. Also bei Bronchitis und Husten vorzüglich das Husten-Heilmittel. Und das stellen Sie ganz einfach her. Ein Hustensirup, zum Beispiel wieder für Kinder oder auch für Erwachsene, dass man ganz klein die Pflanzenteile reisst, dass der Wirkstoff überall gut austreten kann. und in ein Glas, so ein Schraubglas rein tut. Und das auffüllt mit flüssigem Honig. Ein Mondzyklus wie Stahl hat und einmal pro Tag drüllt, dass alle Pflanzenanteile schön bedeckt sind und nicht übergekehrt. Der Gundermann erkennt man an seiner Plattform und an vierkantigen Stängeln. Wenn man ihn so dreht, dann merkt er eine vierkante. Der Gundermann hilft gegen alle eitrige Erkrankungen, vor allem äusserliche Wunden, die sehr schlecht heilen, die vereitert sind, aber auch eitrige Mundheulen. Und wenn man ihn so etwas reibt, dann riecht er, dass er enorm aromatisch ist. Ähm, auch sehr, sehr bekannt, vor allem auch wieder bei Kinder als Wiese After Eight. Das heisst, diese Blättchen können in Schock gedunkt werden, als so eine Delikatesse. Ich brauche ihn vor allem auch als Gewürzkraut, weil er so aromatisch ist. Und tut damit mir gerade auch etwas Gutes, Wechsel anregen. Einfach mit Salz vermischen, mörsern. Und dann habt ihr ein Gundermann Salz. Das ist der Storchen Schnabel. Das ist unser wildes Geranium. Wenn man so etwas daran reibt, dann schmeckt man es auch. Es schmeckt ganz fest nach dem Geraniol. Das ist ätherisches Öl. Ein sehr stimmungsaufhellendes Öl. Also, wenn ihr am Morgen mal wartet und euch nicht so gestimmt fühlt, dann könnt ihr... Der Storchen Schnabel wächst wirklich überall, sogar an Bahngleisen. Der Storchen Schnabel ist fruchtbarkeitsfördernd und ist eine super Pflanze auch wieder so eine Erste-Hilfe-Pflanze aber eher bei Schock und Traumata. Dass man sie sich einnimmt und einreibt und daran schmeckt. Und in einer Tinktur oder einem Tee ist sie gegen Durchfall, so eine Wunderpflanze. Das F-Oi hat die sogenannte Saponin, wenn man italienisch oder latin, dann heisst das, das sind Seifenstoffe. Und Seifenstoffe machen eigentlich nichts anderes, als dass eine Oberflächenspannung brechen. Und das machen sie auch bei allen verschleimten Atemwegs Erkältungen. Also Nebenhöhlen Erkältungen, starken Bronchitis mit Verschleimung. Was ganz wichtig ist, das F-Oi ist keine Heilpflanze zum innerlich im Selbstgebrauch. Für die äusserliche Anwendung kann man es sehr gut brauchen. Und zwar kann man ein super Cellulitis-Öl damit machen. Und zwar das Cellulitis-Öl macht man einfach so, dass man wieder das F-Oi, also das Blatt ganz klein reisst, mit Olivenöl übergüsst und einen Monat lang wieder stehen lassen, jeden Tag schüttelt und dann die Pflanzenteile abreisst und sich dann das einreiben kann. Und das macht auch die Oberfläche der Haut ein wenig reizen und regt somit durch Blutungen. Das ist der Waldmeister, der Meister vom Wald. Ihr kennt vielleicht viele von euch auch in diesen klassischen Waldmeisterbohlen. Dort hängt man ein paar verwelkte Sträuschen rein, damit das klassische Waldmeisteraroma rauskommt, muss man sie zwei, drei Stunden anwelken lassen. Erst dann fängt sie so an zu riechen. Und den Waldmeister kann man eben in diese Bohlen rein tun, sie zum Beispiel aromatisieren, Getränke. In der Phytotherapie braucht man ihn als nervenberuhigendes Heilmittel um sich zu entspannen oder auch gegen Kopfschmerzen. Was wichtig ist beim Waldmeister, so wie Paracelsus schon gesagt hat, die Dosis macht das Gift, dass man ihn nicht überdosiert. Sonst führt er zu Erregungszuständen und aber auch zu Kopfweh. Der Sauerklee heisst zwar Klee, hat eine Kleeform, ist aber nicht mit dem Klee verwandt. Und wenn man den Sauerklee probiert, er ist super fein, er ist ganz sauer, hat ganz viel Vitamin C drin und hilft bei Erkältungskrankheiten so mit. Oder auch wenn man noch einmal ist in der Natur und extrem Torst hat, dann ist so das Sauerklee auch das, was ich würde essen. Das ist eher so das Gourmet Ding, das dann wirklich einem Erquick. Das ist das Farn. Vom Farn gibt es unglaublich viele verschiedene Arten. Das Farn ist eine ganz, ganz alte Heilpflanze. Man sagt, es ist die älteste, eine der ältesten mit dem Schachtelhalm, der noch bei uns vorkommt. Das ist wieder eine Heilpflanze, die man heutzutage in der Phytotherapie nicht innerlich einnimmt. Äusserlich als Umschlag, als Tinktur zum Einreibe, ist sie super bei Hexenschuss, bei Ischias, bei Rückenschmerzen. Oder auch als Kopfküsse, wo man gegen Kopfweh fährt. Ich fahre und schlafe zum Beispiel darauf. Das ist ein super Kopfweh-Heilmittel. Der Löwenzahn ist ein richtiges Frühlingsgemüse. Ich empfehle immer den Leuten in Kombination mit den Brennnesseln zum Beispiel als Frühjahrskur. Das ist ganz stark stoffwechselanregend und harntreibend. Gerade bei rheumatischen Erkrankungen ist der Löwenzahn das Heilmittel der Wahl. Es hat ganz viel Bitterstoff drin. Man merkt, wenn man 3 bis in Richtung Bitter und Bitterstoffe sind für unseren Körper sehr, sehr wichtig. Das heisst, sie sind blutbildend, gut für den Kreislauf, ganz stark verdauungsanregend. Also unbedingt immer wieder einen Löwenzahn-Salat machen. Das ist das Gänseblümchen. Die Kinder-Heilpflanzen sagt man auch. Man kann sie aufgiessen als Tee. Dann wirkt sie sehr stark auf den Stoffwechsel. Oder auch in Kinderteemischungen zum Beispiel bei Erkältungstee. Ich brauche sie vor allem in Tee gegen Akne oder Hauterkrankungen, damit man den Stoffwechsel anregt, damit die Giftstoffe noch immer anders ausgeschieden werden als durch die Haut. Was man auch mit dem Gänseblümchen machen kann, wenn man so Akne oder Hauterkrankungen hat, dass man einen Teeaufguss macht und es sich direkt ins Gesicht streicht. Eine von den ganz grossen Heilpflanzen, die Blätter, haben Kanülen dran, so wie Glaskanülen. Die sind gefüllt mit einem Gift, das piekst. Wenn man sie so streicht, gegen die Führung, dann brennt sie auch nicht mehr. Und dann kann man sie auch in diesem Zustand direkt essen. Die Brennnessel ist ganz wertvoll, hat einen extrem hohen Eisengehalt und gleichzeitig viel Vitamin C, damit unser Körper das Eisen ganz gut aufnehmen kann. Die andere Möglichkeit, die sie sehr gut hilft, ist bei allen entzündlichen rheumatischen Erkrankungen. und zwar kann man sich äusserlich entweder so schlagen, dann gibt es eine starke Durchblutung, also es wird ganz stark angeregt, Durchblutung, und gleichzeitig hat die Brennnessel eine Art, wo sie die Botenstoffe, die eine Entzündung verbreitern, wie hemmen. Wenn man jetzt einen Brennnessel Tee macht und noch innerlich einnimmt, schwemmt das auch die ganzen Schlacken, die Harnsäure, die schwemmt es aus, wenn man viel Wasser dazu trinkt und so hat man wirklich das perfekte Rheuma Heilmittel. Ich empfehle es auch, wie ich vorher gesagt habe, einfach als Frühjahrskur in Form von Gischt, Tee, Smoothie, Brennnesselchips, so viel ihr könnt, einfach nehmen die Brennnessel zu euch.